Guten Tag, ich bin der Tobi von der Evaco und ich zeige euch heute die rollenbasierte Zugriffssteuerung in Snowflake. Rollen sind Entitäten, denen Privilegien für sicherheitsrelevante Objekte gewährt und entzogen werden können. Rollen werden Benutzern zugewiesen, um ihnen die Durchführung von Aktionen zu ermöglichen, die für Geschäftsfunktionen in ihrer Organisation erforderlich sind. Einen Benutzer können dabei mehrere Rollen zugewiesen werden. Dadurch können Benutzer die Rollen wechseln, um verschiedene Aktionen mit unterschiedlichen Berechtigungen durchführen zu können. Zu jedem Zeitpunkt kann bei einem Benutzer jedoch nur eine Rolle aktiv sein. Es gibt eine Anzahl von systemdefinierten Rollen in einem Snowflake Account, die voreingestellt sind. Diese systemdefinierten Rollen können nicht gelöscht werden und die hinzugefügten Berechtigungen können auch nicht verändert werden. Um die rollenbasierte Zugangskontrolle zu zeigen, werden wir einmal ein Beispiel durchgehen. Dafür werden wir zuerst einmal die Account-Admin-Rolle auswählen. Die aktuelle aktive Rolle können wir einmal oben rechts immer sehen. Jetzt wählen wir die Account-Admin-Rolle trotzdem noch einmal aus und erstellen jetzt mit dem Create-Roll-Befehl die Reporting-Rolle. Die Reporting-Rolle hat jetzt noch keine Rechte oder ist unserem Account auch noch gar nicht hinzugefügt. Und mit dem Grant-Roll-To-User-Befehl werden wir jetzt erst einmal die Rolle unserem Account hinzufügen. Wir werden sehen, da sie keine Rechte hat, dass hier auf der linken Seite wir die ganzen Berechtigungen für die Datenbanken verlieren werden. Jetzt werden wir die Rolle erstmal unserem User hinzufügen und diese Rolle auch einmal auswählen. Oben rechts sehen wir jetzt Reporting ausgewählt und uns werden nur noch die von Snowflake vorgegebenen Beispiel-Datenbanken angezeigt. Als nächstes wählen wir jetzt wieder die Account-Admin-Rolle aus. Wir sehen, es sind wieder alle Datenbanken da und jetzt können wir der Reporting-Rolle verschiedene Berechtigungen geben. Mit dem Grant-Usage-On-Database-Befehl und On-Schema-Befehl geben wir Berechtigungen, die Products-Datenbank und die Products-Furniture-Schema zu benutzen. Mit dem Grant-Select-On-All-Tables-Befehl können wir sagen, dass alle Tabellen im Schema Products-Furniture benutzt werden können von der Reporting-Rolle. Die werden wir jetzt einmal alle auswählen, alle drei Befehle. Und als nächstes müssen wir aber auch noch der Rolle das Warehouse hinzufügen. Das heißt, dass die Rolle des Compute WH Warehouse benutzen darf. Wenn wir jetzt die Reporting-Rolle nochmal auswählen und das Warehouse einmal auswählen, können wir jetzt die erste Abfrage machen. Jetzt sehe ich gerade, hier wird uns die Datenbank noch gar nicht angezeigt. Müssen wir einmal refreshen und da wird uns die Products-Datenbank und die einzelnen Tabellen in dieser Datenbank angezeigt. Und jetzt können wir einmal die Prices-Euro-Tabelle einmal abfragen. Und hier sehen wir jetzt alle Values, die in dieser Tabelle gespeichert sind. Mit dem Show-Grant-Befehl to Roll können wir einmal anzeigen, welche Rechte die Reporting-Rolle hat. Und hier sehen wir jetzt alle fünf Rechte, die wir hier gerade gewährt haben. Das sind zweimal die Select Privileges auf die Tabellen und drei Usage Privileges für die Datenbank, Schema und das Warehouse. Snowflake bietet daneben auch noch die Möglichkeit, Rollen zu vererben. Das werden wir jetzt in einem weiteren Beispiel einmal durchgehen. Dafür werden wir wieder die Account-Admin-Rolle auswählen und eine Rolle Manager erstellen. Diese Manager-Rolle soll eventuell nachher noch weitere Berechtigungen haben, noch mehr Berechtigungen haben als die Reporting-Rolle. Als nächstes werden wir jetzt die Manager-Rolle wieder unserem User hinzufügen und mit dem Grant-Roll-Reporting-to-Roll-Manager-Befehl bekommt die Manager-Rolle jetzt alle Rechte, die auch die Reporting-Rolle hat. Das können wir uns hier nochmal anzeigen lassen, indem wir Show-Grants von der Reporting-Rolle, sehen wir wieder die fünf Befehle. Und wenn wir jetzt Show-Grants-to-Roll-Manager gehen, sehen wir, dass dir das Privilege hat für die ganze Reporting-Rolle. Heißt, alle Befehle, alle Rechte, die die Reporting-Rolle hat, hat auch die Manager-Rolle. Und die Manager-Rolle, wie gesagt, soll auch noch weitere Möglichkeiten haben und soll mehr Rechte haben als die Reporting-Rolle. Deswegen werden wir jetzt der Manager-Rolle noch weitere Rechte geben und zwar, dass die Manager-Rolle auch die Tabellen aus der Finance-Datenbank abfragen kann. Jetzt wählen wir diese Rolle einmal aus und sehen, wenn wir jetzt diese einfache Select-Abfrage machen, dass uns alle Werte in der finance.dach.germany-Tabelle angezeigt werden. Machen wir das Gleiche jetzt einmal mit der ausgewählten Reporting-Rolle. Sehen wir, das wird nicht funktionieren und wir bekommen eine Error-Message. Jetzt können wir die beiden Rechte, die Rollen der beiden Rechten nochmal einmal miteinander vergleichen. Dafür müssen wir einmal nochmal die Account-Admin-Rolle auswählen und jetzt zeigen wir uns mit Show-Grant-Befehl die Rechte der Manager-Rolle an. Da haben wir einmal Usage der Reporting-Rolle und daneben haben wir noch drei weitere Rechte, die wir dieser Manager-Rolle gerade hinzugefügt haben. Und hier sehen wir nochmal die fünf Rechte, die wir der Reporting-Rolle hinzugefügt haben. Ich hoffe, euch hat das kurze Tutorial gefallen. Wenn ihr noch mehr Infos rund um Snowflake sucht, klickt doch auf eines unserer anderen Videos oder schaut auf unserer Homepage vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!